Ich habe als Kontrast die seriöse Krawatte angezogen heute, um auch mal ein leichteres Thema zu nehmen. Nein, um Hochzeitsgast sein zu können. Ich habe mich beworben, ich bin nicht in die Ausscheidung der letzten Runde gekommen. Krieg, Krisen, Teuerschock, ist das das richtige Zeichen? Vorab, ich finde, wenn zwei Menschen sich lieben, wenn es ein Zeichen gibt für die Liebe, für die Zukunft, für Kinder, für Familie, dann ist das immer ein Zeichen wert. Alles prima, alles paletti. Die beiden haben sich am heutigen Tage vor einigen Jahren kennengelernt und wollten gerne diesen Termin machen. Deshalb gab es diesen Termin. Was ganz anderes ist es, ob man das in dieser Form feiert. Da kann man ganz unterschiedlicher Ansicht sein, ob man es ein privates Fest öffentlich mit Kanzler und anderen Ministern feiert. Darüber kann man alles diskutieren. Grundsätzlich finde ich erstmal ein Zeichen für die Liebe, für Kinder, für Zukunft ist immer gut. Gerade in diesen Zeiten kann das überhaupt nicht schaden. Das andere ist eben, muss es öffentlich zelebriert werden, muss es mit Pomp zelebriert werden. Da kann man unterschiedlicher Meinung sein. Am Ende spricht für diese Hochzeit, finde ich auch noch, dass Christian Lindner heute nicht im Bundestag war und seine Stimme nicht Frau Attermann als unabhängige Antidiskriminierungsbeauftragte geben konnte. Und jede Stimme, die da fehlte, ist eine gute Stimme. Gut, da schweifst du jetzt ein bisschen ab vor dem Thema, aber können wir ja auch vielleicht gleich noch diskutieren. Aber jetzt erstmal hier die Frage auch an die Runde. Ist das ein gutes Zeichen? Kann man einfach die Liebe feiern? Oder sollte man als Finanzminister sagen, oh, jetzt in diesen Krisenzeiten verschieben wir nochmal. Also erstmal von meiner Seite, Herr Finanzminister und Frau, Finanzministerin Frau. Alles Liebe, alles Gute, viel Kraft und viel Gesundheit und vor allen Dingen starke Nerven beim Bund der Liebe, vor allen Dingen mit einem Finanzminister. Das ist das eine, aber die Frage ist natürlich, sollen die heiraten, die lieben sich. Ist vollkommen okay, ja, das können sie, aber die Frage ist halt immer wie. Das können sie nämlich auch bei, sagen wir mal, bei Würstchen und Kartoffelsalat oder man macht das halt etwas dekadenter. Und das Zeichen, und das sind ja die Menschen aus Sylt, die leben, alleine schon auf Sylt zu heiraten, da ist es ja nun mal nicht billig, ja. Ist meiner Meinung nach in dieser Krise unseres Landes als Finanzminister, der ja viele Dinge auch mit zu verantworten hat, einfach vielleicht eine Nummer oder eine Schippe zu hoch. Aber das sollen die Menschen sich entscheiden. Ich finde, man hätte, es soll ja heiraten, aber vielleicht nicht so, nicht mit dem ganzen Punkt, nicht mit den ganzen anderen da zusammen. Das kann man auch alles etwas kleiner machen. Man muss es, da sind wir wieder beim Thema, ein Vorbild verhält sich vorbildlich. Und wenn man etwas von Menschen, von Bürgern in unserem Land fordert, dann muss man sich vorbildlich verhalten und es vormachen. Er ist da nur ein Beispiel von vielen. Herr Wollenberg, finden Sie auch, ist er damit kein gutes Vorbild? Ist es eine Schippe zu viel? Muss der Finanzminister am Grill stehen und ein paar Bockwürste wenden und so die Hochzeit feiern? Ich glaube, das Problem ist halt, er steht in der Öffentlichkeit. Es ist, glaube ich, in dem Moment auch egal, wie er es macht. Macht das so oder macht das so, es wird immer falsch sein in dem Moment. Aber vielleicht sollte man sich doch mal einen PR-Berater in dem Moment leisten oder so und sagen, was wäre denn vielleicht das Sinnvollste gerade. Ich meine, jetzt die Bilder, es war jetzt nicht so super pompös davon nicht. Es war auch erst die Standesamtliche. Ja, aber ich weiß, was danach noch kam. Also ja, auf der einen Seite hat er auch ein Privatleben und vielleicht ist es in der Zeit auch, lass ihn doch den Moment einfach mal machen. Und wenn er der Meinung ist, das so super toll zu machen, dann muss man sich vielleicht in drei Jahren, vier Jahren, wenn die nächste Wahl ist, auch mal daran erinnern. Außerdem wird er selbst ausbaden, weil er produziert jetzt die Bilder, die in der letzten Satireshow einem um die Ohren gehauen würden, wenn er demnächst wieder von Schuldenbremse redet oder irgendwas zusammenstreichen würde, wird man den ganzen Abend in Dauerschleife dann diese Bilder sehen. Muss man sich überlegen, ob man als Politiker solche Bilder produziert. Also ich finde die Debatte ziemlich daneben. Man kann sich doch einfach mal freuen. Ich finde das so schön. Die beiden haben sich gefunden. Das ist doch mal ein schönes Zeichen, auch gerade in so einer schwierigen Zeit. Wenn zwei Leute, die sich lieben, dann auch heiraten. Und natürlich sind beide Personen des öffentlichen Lebens. Da ist auch ein Interesse daran. Siehe, mich interessiert das doch auch. Das ist doch völlig normal. Und dass wir dann auch die Möglichkeit haben, ein paar Bilder zu sehen. Ich finde es schön und ich gratuliere den beiden von Herzen. Ich freue mich wahnsinnig für die beiden. Und ich finde, man muss auch mal gönnen können. Also auch als Gesellschaft, warum müssen wir solche Debatten führen um eine Hochzeit? Aber richtig, aber Sie müssen doch, wissen Sie, ich verstehe das. Das ist auch Ihr Präsident, ja, El-Präsidente da. Kann ich all verstehen. Er ist der Parteivorsitzende der Finanzminister. Ja, für mich ist er El-Präsidentin der FDP, ja. Aber wissen Sie, dann gönnen wir doch den Menschen aber auch, dass sie vielleicht warm duschen. Oder dass sie sich auch mal ein Stück Brot kaufen können. Das Problem ist, Sie können es halt nicht. Sie sollen den Gürtel enger schneiden. Wir sollen auch, wie Herr Ötze mir sagt, wir sollen Ihnen ja Fleisch essen. Wo seine eigene Göttergattin, ein fettes Teamwurststeg, so fett mal so groß gerade, bei Instagram postet. Schon ein bisschen komisch. Aber immer wieder, Vorbilder machen es vor. Ich erlaube mir deshalb, meine Stimme zu erheben. Weil ich seit neun Jahren, 365 Tage im Jahr, für den Kinderschutz eintrete und Dinge sehe, die ihr alle nicht sehen wollt. Deswegen erhebe ich meine Stimme als Bürger, als freier Bürger und Vertreter von Millionen von Menschen, wenn es im Kinderschutz geht. Ich muss sagen, ich habe an Sie gedacht, ich fand auch die Frage, muss ich in echt recht nehmen, dann dachte ich, was geht in einem vor, dass wir überhaupt diese Frage stellen? Nein, denn welches Unglück muss man eigentlich in sich tragen, um überhaupt die Frage zu stellen, darf der das? Gleichzeitig muss ich mich dann selbst überprüfen, auch wenn ich es wirklich finde, jetzt haben wir alle schon gratuliert, aber auch von mir nochmal Glückwünsche. Ich glaube, für das Brautpaar spielt es keine Rolle, ob ich jetzt gratuliere oder nicht. Aber natürlich auch, wenn ich dann an Sie denke, mit welchen Menschen Sie in Kontakt stehen, was Ihnen die Menschen schildern und mich in die Menschen reinversetze. Was denkt die Oma, die jetzt das Brot und den Aufstieg nicht laufen kann? Aber ich glaube, wir dürfen nicht alles gegeneinander aufwägen. Sollte man diese Rechnung lassen, das ist einfach nicht aufmachen. Und auf der einen Seite einfach mal sich auch freuen zu dürfen, dass jemand sein Glück findet, dass Menschen gemeinsam bereit sind, ihren Lebensweg zu gehen. Das ist doch toll. Und auf der anderen Seite trotzdem die Probleme ordentlich zu diskutieren, das ist doch das, was Sie umfragen. Und wenn gerade doch jemand heiratet, der sein Leben lang Politik dafür gestaltet, dass Menschen mehr Chancen bekommen, dass auch mehr Menschen mehr Chancen bekommen. Das ist der Urkern, die Ur-DNA, die Liberale antreibt. Das hat mit Bildung zu tun, das hat auch mit der Möglichkeit zu tun, wirtschaftlichen Ausstieg zu haben. Das hat damit zu tun, tatsächlich auch in seiner Gesellschaft sein Glück finden zu können. Wenn so jemand dann an so einem Tag heiratet und wir ein schönes Bild haben, dann lass uns doch einfach mal glücklich sein. Das Bild nehme ich noch an, ich will bloß die Parade drumherum etwas kleiner halten. In so einer Krise unseres Landes. Das ist das, was ich mit Demut sagen muss. Ich stehe an Gräbern. Ich habe diese alte Arme im Arm gehabt. Das ist das, was ich in dem Moment immer sehe. Die Parade, das können wir, glaube ich, aus den Medien sagen, das ist ein Give and Take. Die Menschen interessiert es. Die Bilder wollen sie sehen. Der Finanzminister heiratet, das ist unser Finanzminister. Natürlich wollen die Menschen die Bilder sehen. Also ich glaube, diese Parade, von der Sie sprechen, ist jetzt nicht nur hausgemacht vom Brautpaar, dass sie sagen, komm bitte alle herbei, so viele, wie es nur geht, damit wir die Bilder haben. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass sie nicht eingeladen waren. Deswegen bist du nicht eingeladen, Ralf. Weil du hättest diese Parade einfach beschränkt. Ich glaube, es sind so viele Kollegen von uns vor Ort, dass ich da nicht zwingend dazu gehöre. Ich habe auch mal gerne ein Wochenende so. Aber es ist in der Tat eine zweischneidige Geschichte. Es gibt sehr viele Leute, die sich sehr wenig leisten können und trotzdem mit Hingabe die Royals gucken oder solche Hochzeiten gucken. Und sich mitfreuen, das vielleicht gar nicht auf sich beziehen. Vielleicht sich auch in eine andere Welt träumen, wie immer man das bewerten mag. Also es ist komplizierter, aber ich habe eigentlich auch kein Problem damit. Ich wollte nur sagen, dass ich das Zeichen immer in jeder Zeit richtig finde. Und zu Zeiten der größten Katastrophen haben die Leute geheiratet und sich geliebt. Und das ist natürlich ein Wert an sich erstmal. Irgendwie geht das Leben weiter und das ist auch eine schöne Botschaft. Die Lindners, die The Royal Wedding, in der wir uns wegträumen können, das sind romantische Worte von Ralf Schuller. Damit geben wir Ihnen allen ein bisschen, was zum Träumen weg ist.